Willkommen bei der SEO Profi Academy. In unserem Intensivseminar Google Analytics geht es um das Webanalyse-Tool aus dem Hause Google, das sehr viele Firmen für die Website-Analyse einsetzen und das für die meisten, die damit zu tun bekommen, eher ein Buch mit sieben Siegel als ein sich selbsterklärendes Marketing-Tool ist. Das soll sich in diesem Workshop ändern. Wir zeigen in all den Basisberichten, die Google Analytics zur Verfügung stellt, genau auf, was die ganzen Zahlen zu bedeuten haben, was mit den verschiedenen Reports an Erkenntnissen zu gewinnen sind, wie sich diese Erkenntnisse in Aktionen im Marketing umleiten lassen, wie man Google Analytics für Online-Shops einsetzt, wie man Google Analytics für Webseiten einsetzt, die nur Leads generieren sollen und wollen und wie all das inklusive Conversion-Optimierung mit diesem Tool in den Marketingalltag zu integrieren ist. Für all unsere Kurse und Workshops versprechen wir stets eine angenehme Lernatmosphäre. Kurzweilig und unterhaltsam geht es bei uns zu. Schon über 200 positive Bewertungen bestätigen das. Ihr könnt alle Fragen mitbringen, die euch rund um Google Analytics und das Online-Marketing so in den Sinn kommen. Ich, derjenige, der das schon 17 Jahre lang macht, werde das versuchen, alles gemeinsam mit euch zu beantworten. Kurzweilig geht es bei uns zu. Die Durchführung ist garantiert unterhaltsam. Also, los geht's! Anmelden! www.seoprofi-berlin.de slash Seminara